Der Karoche, der Volker, Volker. Hier hinten sitzt nämlich immer die Iris. Da gehe ich jetzt hin. Immer. Er ist ein unverstellter Mensch und ein unverstellter Schauspieler. Ich mag ja Menschen, die so eine Haltung haben, die einen selber dann auch in die Situation bringt, alles wieder zu überdenken. Das ist gut, das ist sehr produktiv. Also im Prinzip her gehe ich auf keinen roten Teppich. Das habe ich auch nie gemacht, weil ich da nicht hingehöre. Und dann machen die auch immer noch so. Ich glaube, die meinen, das ist irgendwie eine Performance. Also machen die irgendwas, hey, oder, oder. Ja, das kann ich ja alles gar nicht. Und wenn du da nur stehst, dann pöbeln sie dich vielleicht noch an, können sie mal lachen. Wo ich da wieder so auch nähe. Kann ich nicht. Jetzt riebe ich ihn an und sage, guten Tag, Herr Thiene. Hier ist Günther Netzer. Ja, will man mich denn nur verarschen, hat er gesagt. Ja, ich bin absolut. Ja, genau. Ja, ich bin absolut. YouTubers- 廣